Musik Musik Herzlich Willkommen zum Podcast von den... ...Wald-Übermann! Heute sind wir in Dietersheim zum zweiten Mal beim VfK und es ist gerade 18 Uhr und das Zelt ist jetzt schon proppevoll ausverkauft. Wir fangen gleich an, so in einer Viertelstunde geht es los. Wir wünschen euch jetzt schon viel Spaß bei den Videos. Haut rein, wir sehen uns. Bis bald. Ciao! Prost! Alle Hände nach oben! Alle Hände nach oben! Alle Hände nach oben! Alle Hände nach oben! Und jetzt gleich noch Rhythmus! Sieben Sünden bist du mir wert! Sieben Sünden, du brauchst viel mehr! Denn du bist der Wahnsinn, der mich aus der Wand bringt, das halte ich nicht aus, darum salte ich zu dir. Siegenzünder bist du mir wert, siegenzünder will noch nie mehr. Denn du bist der Wahnsinn, der mich aus der Wand bringt, das halte ich nicht aus, darum salte ich zu dir. Schanzi, schenk mir ein Foto, schenk mir ein Foto von dir. Schanzi, schenk mir ein Foto, wenn du ein Foto wünschst, wie ich sage. Schanzi, schenk mir ein Foto, ein kleines Foto von dir. Schanzi, schenk mir ein Foto, dann schenk ich dir auch ein von mir. Schanzi, schenk mir ein Foto, dann schenk mir ein Foto, dann schenk mir ein Foto, dann schenk mir ein Foto. So Leute, VfK Diedesheim, Oktoberfest zum zweiten Mal dieses Jahr. Schaut euch an, das Zelt ist grobvoll, super Stimmung, die Leute stehen auf der Bänke, es macht riesig Spaß, wir haben eine kurze Pause gemacht, weil die Leute einfach nicht mehr können, aber gleich geht es weiter hier mit dem Waldbühlmacher. Musik Just to the heart, if you want to blame, you give love for bad name. I play my part, if you play your game, you give love for bad name. Das sollte wir sein. Wir wollen jetzt wirklich alle Hände oben stehen. Let's go! Und jetzt klatschen zum Bassdrum. Hey, 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 hey! Hey, 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 hey. Und jetzt will ich, dass die des Heim so laut singt, dass man es ausyht. Let's go, come on, jetzt singt. Und immer... Lieder! Lieder! Wie felige Lieder! Der Läschknefer rüber! Danke an den VfK, der ist heim! Mut zum Lanz in Norden! Oh! Der Läschknefer rüber! Auf Wiedersehen! Die Zeit mit uns war wunderschön! Es ist wohl besser jetzt zu weh'n! Wir können keine Tränen sehen! Schön und auf Wiedersehen! Hallo Leute! Wie ihr seht, wir sind schon bei der Aftershow-Party hier. Wir kommen gerade vom Auftritt vom Oktoberfest vom VfK Dietesheim. Es war Hammerfettbomben gerast. Es war sensationell! Stimmung gigantisch, obwohl es schon um 18 Uhr begonnen hat. War quasi Frühschoppen. Frühschoppen für uns, ja. Und jetzt genießen wir noch ein bisschen den restlichen Abend. Und freuen uns auf die kommenden Auftritte. Vor allem auf unser Saisonfinale. Bis die Tage! Ho relo! Ciao! Ho relo! Hey Leute! Es ist vorbei! Das war's für ihr.